Hallo und willkommen aus dem Studio der CDS-Bausoftware in Herburg. Mein Name ist Jan Schneider und ich hätte da ein Angebot, das Sie interessieren könnte. Die CDS-Bausoftware bietet seit längerer Zeit verschiedene Schulungsmöglichkeiten hier bei uns vor Ort oder bei Ihnen im Büro an. Dazu gehört beispielsweise auch das Seminar Alplan Straßenbau, in welchem Sie das Straßenbau-Tool von Alplan näher kennenlernen. Nun ist es vielleicht so, dass Sie aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeiten haben, mehrere Tage an der Arbeitsstelle abwesend zu sein oder den langen Anfahrtsweg zu uns nach Herburg in Angriff zu nehmen. Um diese Hindernisse zu überwinden, gibt es eine Lösung. Das Online-Seminar Alplan Straßenbau der CDS-Bausoftware in, nein, nicht in Herburg, sondern im Internet. Mit diesem Online-Seminar haben Sie die Möglichkeit, das Straßenbau-Tool von Alplan in Ihrem eigenen Tempo zu lernen. Das Seminar ist in mehrere Kapitel aufgeteilt, welche unterschiedlich viele Lektionen enthalten. Daher haben Sie die Möglichkeit, eine Lektion durchzuführen, sich die Funktionen dabei anzusehen und danach eine Pause zu machen, am nächsten Tag weiterzufahren oder in einer Woche weiterzufahren und sind nicht an einen fixen Terminplan gebunden. In den einzelnen Lektionen lernen Sie die Funktionen des Alplan Straßenbau-Tools kennen. Dies im Bereich Gelände, Straßenprojekt sowie auch mit den Anschlüssen, Kanalisation und Werkleitungen. Dabei handelt es sich um über 30 Lektionen mit Videomaterial, in welchem Ihnen Schritt für Schritt die einzelnen Funktionen gezeigt werden und Sie diese auch gleich daneben mitmachen können. In einer der ersten Lektionen ist auch ein Grundlageprojekt vorhanden, in welchem die Teilbilder und die Struktur gleich aufgebaut ist wie in dem Projekt, welches Sie im Video sehen. Bei Fragen zum Online-Seminar Alplan Straßenbau können Sie sich gerne bei uns melden. Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Seminar bei der CDS-Bausoftware zu besuchen, ohne das Seminar besuchen zu müssen. Das Online-Seminar Alplan Straßenbau können Sie im Shop auf unserer Homepage www.cds-bausoftware.ch kaufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Drücken Sie doch noch auf Abonnieren bei unserem Kanal und auf die Glocke, damit Sie keine neuen Angebote mehr verpassen. Alles Gute und bis bald, Ihr Jan Schneider von Untertitelung des ZDF, 2020